Und herzlich willkommen zu Rage Mit dem vierten Mann und euer Rigtum of Games wieder mit an Bord und wir spielen den Kurve Modus Also wir starten Let's get ready to rumble Und gebetene Gäste, teile dein Reichstuhm Hab gehört, dass sich einige Typen mitten bei Sally versteckt hielten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen war Und dann Und dann Und dann Jetzt muss ich wieder an das eine Ding Und dann Weißt du was ich meine? Und dann und dann und dann Okay, Schotze eingepackt Was haben wir hier unten? Boah, du siehst halt nice aus mit den Messern hinten und so Oh, du aber, du siehst Warte mal, bleib mal stehen, bleib mal stehen Richtig, bad ass ey Krass Richtiger bad ass Was haben wir eigentlich für Waffen? Schotze Pistol Oh Oh, mit Schild, alter, was ist los? Richtig geistes Maschinengewehr haben wir Richtig nice Und geile Granaten haben wir Gegen EMP Wahrscheinlich für die Schilde Ja Ähm Ah, warte mal Bleib mal, bleib mal bei mit dem Ja Ja Pass auf Aha Was ist das? Was ist das? Yep Jetzt sieht natürlich der Laser aus Alles klar Alles klar Ja Irgendwie kenne ich das Level doch Eh, keine Gegner Ähm, ja Das ist, äh Hatten wir schon mal Gott, was ist das denn? Kontrollierter Mutant Ja, fuck Was los Ich bin im Haus Blankiere Alter Was ist denn das für ein Typ? Jetzt Munition Jetzt sind Granaten Hm Dein Spezialgebiet Jawoll Geht's weiter Hier sind noch mehr Granaten Hm Habi, habi, Hanni Jam, 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 jam Okay, da ist auch nichts Gehen wir weiter Oh, Alter, du trägst doch Oh Falsches Ding Boah Nachnamen Scheiße Boah, Alter, die ist übelst krass gepanzert Autsch Kannst du mich wiederbeleben oder musst du ein D4 aussitzen? Ja, ne, Alter, ich belebe dich da Okay Danke An alle Bürger In ihrer unmittelbaren So Boah Oh, ho, ho, ho Da käten wir auch Hani Raketenwerfer Ja, ja, hab ich doch Hab ich gerade gesagt, dass ich den hab Achso, den hast du schon Dann ist das meiner hier Dann hast du mir nicht zugehört Ja, das war gerade so tierisch laut einfach nur Die Durchsage, die war so laut, ich hab nichts verstanden Tut mir leid Und hier sieht man nichts So Mutant Oh, Alter, der Sniper Okay, jetzt spielen wir ein anderes Spiel hier, Freundchen Fuck Da doch mal nach, Alter Woah, Alter, ich hab jetzt noch mehr time Ich hab hier oben Ich hab Stellung Bezogen Position Ich seh keiner Oh, nein, das war einer Ja, aber der versteckt sich Kann ich mir jetzt Sniper Passt Nee, noch nicht Satt, kommt nach Oh, da oben Vorsicht Mutanten Ja, ich bin Oh, Alter Das ist Dreckviel Dann erledigt Boah, das ist genau meine Waffe Dieses Scharfschützengewehr Glaubst du gar nicht Äh, das Schienengewehr Das ist genau meine Waffe So So, okay, ich geh mal runter Ja, ich halte hier oben nochmal irgendeine Stellung Ah, da hinten Machen wir mal, was kommt Ist aber clean, oder? Ja, ist noch irgendwo irgendeine Ah, da hinten Komm mal Hast du erwischt? Ja Also, das ist echt ne geile Zukunftstechnik, muss ich sagen Oh, oh, fettes Fies, fettes Fies Raketenwerfer Raketenwerfer Verledigt Verledigt Oh, fuck, muss ich mir zurückziehen DesHAM Hohoho, ich liebe meine Granaten Alter Merk's Lade nach Wirf Granate ein bisschen abgeschlossen sehr schön, wir haben es geschafft und wir sehen uns bestimmt in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Rage Time im Coop Modus mit dem vierten Mann und Victim of Games, ciao Servus